Ah, leckere Torte! Grüß Gott! Hallo! Mh, Erdbeertörtchen, aber nicht alles auf einmal. Du kennst mich doch! Und gerade deswegen. Haha, jetzt eine Runde, CyberCity. Super, Ederon. Bart! Oh, shit! Oh, shit! Ah, nehmen! Ich hab was gehört. Nee, alles ist mir schlecht. Wo sind deine Eltern, Ron? Papa ist in London. Mama ist noch bei Oma auf dem Geburtstag. Die feiern und hat keine Ahnung. Warum ist die Alarmanlage nicht angegangen? Keine Ahnung. Das sind Profis. Ich ruf Mama an. Ich bin nicht so schlecht. Ich bin nicht so schlecht. Du musst mir helfen. Sie sind mit mindestens 80 durch die verkehrsberuhigte Zone gerast. Und Sie sind zu spät, Herr Botzenhardt. Bei uns ist das jetzt der dritte. Also mit dem von heute. Nach dem gleiche Schema. Im Norden und im Ruhrgebiet haben wir eine ganze Serie. Wenn nur jemand am Haus kratzt, muss die Alarmanlage losgehen. Und fünf Minuten später muss der Wachdienst hier eintreffen, laut Vertrag. Und? Die war halt nicht eingeschaltet. Ach. Die ist aktiv. Wenn man die Haustür abschließt, dann geht die an. Da stimmt was nicht. Ron war vor uns hier. Wenn die Typen noch da gewesen wären. Das ist der Elbtraum. Ich komme heim. Das Haus. Und Ron ist entführt. Das ist eigentlich ein Hammer angeboten. Das ist total nett. Ja. Warum hast du die ganzen alten Videos gekauft? Das sind Klassiker. Ach so. Deswegen. Och Bart, ich will endlich auch mal auf ne LAN-Party. Hey, bei euch sind grad nicht eingebrochen. Und du denkst schon wieder an Computer und PC spielen? Cool Party, die LAN-Party. Tiger, die ist ab 18. Die lassen dich da auch nicht rein, du Kind. Ich bin da schon drin. Ich hab dann eben einen Job. Ich bin mir nicht zu fein oder zu reich dazu. Ach komm, geh mal. Hi, Karle. Platt? Ne, Hinterrad blockiert. Was? Zeig mal. Eigentlich fassen ja nur Autos, aber nicht so eine Nähmaschine. Und wie läuft's im Autogeschäft? Die Kunden rennt mir die Bude ein. Hey. Hey. Na? Ja. Ja. Also, Tantien, hier steht's ja. Wenn Sie eine falsche Zahlenkombination eingegeben haben, warten Sie etwa 30 Sekunden und probieren Sie es nochmals. Bei nochmaliger Eingabe einer falschen Zahlenkombination verlängert sich die Wartezeit auf... circa fünf Minuten. Eure alte Telefone, mein Signal vor ist der Code. Elf Zahlen. Alles korrekt? Drei. Acht. Neun. Sieben. Acht. Weitere falsche Zahlenkombinationen setzen das System für etwa eine Stunde außer Betrieb. Ah, schnau. Okay, bin unterwegs. Hi, Carla. Hi. Pantchen hat angerufen. Ich muss nach Hause ein Safe öffnen. Ciao. Ciao. Tschüss. Na, Jungs? Ich dachte, deine Mutter lässt sich nicht von zu Hause weg. Was ist denn los? Sie hat tschüss. Sie hat gerade gemerkt, dass sie ein Kind hat und dass die Welt gefährlich ist. Kinder, pass auf, ich hab noch was zu tun. Da vorne ist so gut wie verkauft und ich muss da nochmal in den Kühler ran. Also, tut mir leid. Okay, schon kapiert. Gehen wir zur Lernparty? Let's go. Und wir müssen auch Anja anrufen, ne? Oh, stimmt. Was zocken wir dann? Cyber City, würde ich sagen. Na, geile Idee. Aufpassen Leute, sonst fliegen wir ja gleich wieder raus. Die pennen hier auch? Ich rieche schon, wie sich der Fußgestank in den Duft von Elektronik, heißen Kabeln, Laubama Pizza und Cola verwandelt. Oh, Mann. Erwischt. Peng. Mir bricht's das Herz, aber... Ihr Zwerge müsst leider raus. Ja, ja, schon kapiert. Was spielt ihr? Ab 18. Dann muss ich eben ins Netz. Na, dann willkommen in meinem Team. Oder fürchte meine Überlegenheit. Wie sind eigentlich die Partys in Neumünster und Dortmund gelaufen? Voller Erfolg. Und jetzt raus hier. Was machst du denn hier? Na, den Job, von dem ich dir erzählt hab. Aber ihr fasst bitte nichts an, ja? Nein, Mama. Hm? Ja, Mama. Wie funktioniert die? Über Sensoren und Kreisläufe. Hier zum Beispiel an den Fenstern, an den Türen, am Safe und an den Bildern. Und natürlich über die Bewegungsmelder rund ums Haus. Ron, es gibt Essen. Gleich! Essen sind es nie zusammen. Aber seit gestern spielt sie Mutter. Warte. Die Anlage ist an, funktioniert aber nicht. Mhm. Hast du mit jemandem über die Anlage gesprochen? Mhm. Ach komm, gehen wir zum Turn. Ron, bleib bitte hier nicht, Frau Ron. Warum denn? Vielleicht Annas Geburtstag, plus ihr Alter in Monaten, ihre Schuhgröße und die drei besten Zeugnisnoten? Nein. Ah, grüß Gott. Walter. Sie sind meine Rettung. Oh je. Ich sehe schon. Kombinationen vergesse, gell? Äh, momentan... Ach, sind ja nur elf Zahlen. In spätestens 13.000 Jahren ist das Ding auf. Meistens ist es einfacher, als man denkt. So wie etwa alle Zahlen hintereinander von eins bis zehn. Ja, genau. Das war's. Ja, so einfach wie möglich wollte ich das haben. Oh, sie sind dein Schatz. Sieben, acht, neun, zehn, äh... Elf. Elf, richtig. Doch nicht. Wie lange hast du gesagt? 13.000 Jahre. Erzähl's Anja, Bruder Hilfs. Bei Ben sind sie genauso eingebrochen wie bei Ron. Ben? Ist ein Klassenkamerad von ihm. Boah, was für eine rotzfreche Bande. Das glaubt ihr nicht. Der hat sich bei uns eingehackt. Hab ich's doch gleich gewusst. Wer? Na hier, seine IP-Adresse. Der Typ ist ein IT-Profi. Hä? Du hast es doch selbst gesagt. Die Alarmanlage war an, tat aber nicht. Der hat sie über unser Netz geblockt. Achtung! Achtung! Wahnsinn! Mein Bild! Was hat dir Mama geschenkt? Hab ich gefunden gestern. Na endlich! Eine Spur! Könnte sein. Wo hast du's denn gefunden? Da war's. Wir gehen näher ran. Da. Bleibt hier und holt Hilfe falls. Ja, okay. Okay, komm. Wir gucken da. Okay, komm. Da war's. Hey! Hey! Den Wagen habe ich schon mal bei Kalle gesehen. So, so. Ein Akiko Saito ist das also. Und sonst war da nichts. Und das ist der Beweis, dass sich einer bei euch eingehackt hat. Ja. Was, wenn die jetzt abhauen? Wenn unser junger Autohändler Kalle seine Geschäfte korrekt abwickelt, kein Problem. Der Transporter, den du heute verkauft hast. Den meine ich. Seit wann herrscht denn hier eine derart gespenstische Ordnung? Wohl. Was zuletzt das heißt, ja? Chapeau. Chapeau. Und weiter? Der war so 20, blond, bisschen größer als ich. Und der andere, der hatte so dunkle Haare und Koteletten. Warte. Nachname, Adresse. Koteletten, ähm. Also, wenn du wieder mal ein Fluchtauto verkaufst, dann macht so einen Kaufvertrag nur Sinn, wenn der in Namen und Adresse vermerkt sind. Du machst mir das Leben schwer, Kalle. Schwerer als nötig. Das habe ich gar nicht gern. Hochhaltung ist konfisziert. Das habe ich gar nicht mehr gehört. Rodzena hat recht, Kalle. In Adresse kriegen wir sie halt nicht. Ist Ron in seinem Zimmer? Er ist im Netz. Hallo. Hi. Spiel verloren? Ach, der Typ hat mich reingelegt. Wer? Neo, der Moderator. Der leitet so ein Spiel hier im Netz. Naja, und ich bin mal ziemlich genial in seinen Rechner eingebrochen. Eingehackt eben. Und danach haben wir über unsere Alarmsysteme geplauscht. Er hat dich eingewickelt, hm? Ausgequetscht. Wie in den Waschlappen. Als ich zu Omas Geburtstag gegangen bin, habe ich brav Tschüss gesagt. Er hat genau gewusst, dass keiner da war. Der ist es. Wir checken, ob die anderen Opfer auch was mit Online-Spielen am Laufen haben. Mama lässt mich nicht raus. Ist ein Notfall. Ich brauche dich dringend bei Tante Fanny. Wie war die alte Kombi nochmal? Welche? Oh je. Haben Sie gar keine Idee mehr? Na, einfach zu merken, eben. Hm. Elf Zahlen? Mhm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dass die Nullnitzer alles vergisst, man gern. Ron, das ist ein Wunder. Du hast einen Wunsch frei. Ich will erst um acht nach Hause. Wenn Sie vielleicht meine Mutter anrufen könnten und ihr sagen könnten, dass ich hier noch ein paar Sachen machen muss. Clever. Du hättest bestimmt Spaß auf der LAN-Party. Warst du da? Was voll? Knallvoll. Alles PC-Spinner, Pickel und fettige Haare. Bis auf den einen blonden Typ, der, glaube ich, Karls Transporter gekauft hat. Alle Einbrüche waren in Neumünster, Dortmund und hier. Überall, wo er eingebrochen worden ist, gibt's einen Online-Gamer. Na ja, Brotzi hat rumtelefoniert. Also Neo war's. Ja, aber wie sieht Neo aus? Wie sieht der, der Karls Transporter gekauft hat? Vielleicht. Der ist weg. Ich hätt ihn bestimmt erkannt. So ein Mist. Alter, wir sehen uns später in der Stadt, ja? Hey, kann man über GPS einen War-Driver orten? GPS? Wollen wir die hier im Internet jagen? Wie will er das denn? Es gibt ein System. Die Bullen arbeiten manchmal damit. Aber was willst du damit? Spielen? Kennst du Neo? Den Neo? Letzter Kämpfer für ein freies Internet? Wer kennt ihn nicht? Der wird mich bald kennenlernen. Nimm mal. Die Polizei hat auch so ein Megasystem. Ich glaub's ja nicht. Ich auch nicht. Und wir haben nicht mal digitalen Polizeifunk. Da muss Botzen, hat das Zeug halt gesorgen. Ja. Psst. Aufpassen, gell? Das Zeug ist frei. Ein Haufen Geld wird. Zigtausend Dollar. Und in drei Stunden holt das BKA die Kiste wieder ab. In drei Stunden hab ich den Highscore. Darauf kannst du einen lassen, Neo. Es funzt. Um Gottes Wille, hast du was kaputt gemacht. Es funktioniert. Also, was soll ich schreiben? Neo-Loser. Hast deinen Ruhm im Internet gekauft. Da muss er ja reagieren. Und was genau hat dieser Online-Mensch ausgefressen? Der fährt mit der Lahnparty rum. Und gleichzeitig zieht er Blödmännern wie mir zum Beispiel im Spiel Infos aus der Nase. Haustechnik oder Alarmanlage. Und dann hackt er sich ein. Und weil er bei dem Spiel präsent sein muss, denkt ihr, er hält sich in den Hotspots auf. Genau. Und da kann ihn dann das Teil hier auf drei Meter genau orten. Eine Stunde geb ich euch. Drei. Eine Stunde. Und dann mach ich's nach der Uraltmethode. Dann drehe ich jeden Stein um, unter dem so ein Spinner sitze könnt. Was ist los, Krypto? Was soll die Lüge, Neo? Das wüsste ich auch gern. Ich verstehe nur Bahnhof. Wir behaupten, dieser Neo hat sich seinen Punktestand im Internet gekauft. Ja. Aber was? Sowas gibt's. Ron sagt, wer das macht, ist eine Spielegemeinde erledigt. Und dieser Neo-Kerle? Der macht aber so etwas. Wahrscheinlich nicht, aber jetzt ist er richtig sauer. Hat er angebissen? Neo stinksauer. Weiter, damit er dranbleibt. Okay, ähm. Neo, jemand hat dich zu pfiffen. Du bist ein Fake-Krypto. Super. Ja, und wohin fahren wir jetzt? Zur Weiblinger Straße. Danke. Schönen Tag noch. Dankeschön. Guten Tag, Frau Fink. Ich möchte Ron abholen. Wer ist doch bei Bart? Nein, da komm ich gerade her. Mama, mach dir keine Sorgen. Wir sind nur kurz Spielen bei Bart und Zettel. Hm. Ich schau mal, was die beiden da machen, okay? Vertrauen Sie uns. Was? Ich hab ihn. Hey, da ist ein Parkhaus. Ich kann nur nicht sehen, auf welcher Ebene. Ich geh mal spitzeln, okay? Ja. Okay. Ich glaub, es wird Zeit für die Verstärkung. Du möchtest die gleiche IP-Adresse. Bart, der ist es, definitiv. Hiermit fordern wir die Verstärkung. Und? Nice try, Krypto. Du spielst ein schwaches Spiel, aber hier bei uns bist du jetzt tot. Wenn der jetzt bloß nicht aussteigt. Los, schreib. Du bist blind und gleich hab ich dich. Krypto. Nix. Naja, außer so'n Transporter. Mit der Aufschrift Condi Terracord. Den Wagen haben wir schon mal gesehen. Bei Horns Haus. Ja, was lauf ich denn jetzt auch noch da rein? Heiland-Zack. Du warst auf die Kollegen, gell? Ja, was lauf ich denn? Krypto. Hast du nichts gelernt bei mir? Immer auf alles vorbereitet sein? Hab ich dir doch tausendmal gesagt, oder? Verdammter Mistkerl! Dein System hat versagt. Game over. Na, Kleine? Ein Leben hab ich noch. Komm. Lass mich doch so ruhig mal an. Los, wir müssen jetzt runter. Der haut mit dem Aufzug ab. Heiland, ich treffe dich. Ja. Ja. Erinnerst du dich an unser allererstes Spiel? Der Bunker in Level 17, im Wald. Ja. Warum machst du denn so einen dummen Fehler? Auf ihn! Jetzt! Oh nein, du! Oh, lass mich in Ruhe! Rache! 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 Ey! Ey, seht man da drüben. Ich glaube langsam, ich bin keine allzu gute Mutter. Davor habe ich doch nur ein Kind. Oh, ich hab zwei und bin überhaupt keine Mutter. Oh ho ho ho. Walter, mein Lieber. Computer-Spezialiste mit Wasserpistolen. In erster Linie sind's halt immer noch Kindsköpfe. Zum Kaffee jedenfalls. Sind Sie pünktlich, Herr Bolzenhardt. Er war so 20, blond, bisschen größer als ich. Und der andere, der hatte so dunkle Haare und Kotteletten. Warte. Nachname, Adresse. Kotteletten. Also, wenn du wieder mal ein Fluchtauto verkaufst, dann macht es für einen Kaufvertrag nur Sinn, wenn darin Name und Adresse vermerkt sind. Du machst mir das Leben schwer, Karle. Schwerer als nötig. Das habe ich gar nicht gern. Buchhaltung ist konfisziert. Brotzenhardt hat recht, Karle. Von Adresse kriegen wir sie halt nicht. Ist Ron in seinem Zimmer? Er ist im Netz. Hallo. Hi. Spiel verloren? Ach, der Typ hat mich reingelegt. Wer? Neo, der Moderator. Der leitet so ein Spiel hier im Netz. Na ja, und ich bin mal ziemlich genial in seinen Rechner eingebrochen. Eingehackt eben. Und danach haben wir über unsere Alarmsysteme geplauscht. Er hat dich eingewickelt, hm? Ausgequetscht. Wie in einem Waschlappen. Als ich zu Omas Geburtstag gegangen bin, habe ich brav Tschüss gesagt. Er hat genau gewusst, dass keiner da war. Ach, der ist es. Wir checken, ob die anderen Opfer auch was mit Onlinespiegeln am Laufen haben. Mama lässt mich nicht raus. Ist ein Notfall. Ich brauch dich dringend bei Tante Fanny. Wie war die alte Kombi nochmal? Welche? Oh je. Oh je. Haben Sie gar keine Idee mehr? Na, einfach zu merken eben. Elf Zahlen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dass die nulle Zahl ist, vergisst man gern. Ron, das ist ein Wunder. Du hast einen Wunsch frei. Ich will erst um acht nach Hause. Wenn Sie vielleicht meine Mutter anrufen könnten und ihr sagen könnten, dass ich hier noch ein paar Sachen machen muss. Clever. Du hättest bestimmt Spaß auf der LAN-Party. Warst du da? Was voll? Knallvoll. Alles PC-Spinner, Pickel und fettige Haare. Bis auf den einen blonden Typ, der, glaube ich, Kales Transporter gekauft hat. Alle Einbrüche waren in Neumünster, Dortmund und hier. Überall, wo eingebrochen worden ist, gibt's einen Online-Gamer. Na ja, wo hat sie rumtelefoniert? Also Neo war's. Ja, aber wie sieht Neo aus? Sieht, ob der Kales Transporte gekauft hat? Vielleicht. Der ist weg. Ich hätt den bestimmt erkannt. So ein Mist. Alter, wir sehen uns später in der Stadt, ja? Hey! Kann man über GPS in den Wardriver orten? GPS? Wann will die nur im Internet jagen? Wie will er das denn? Es gibt ein System. Die Bullen arbeiten manchmal damit. Aber was willst du damit? Spielen? Kennst du Neo? Den Neo? Letzter Kämpfer für ein freies Internet? Wer kennt ihn nicht? Der wird mich bald kennenlernen. Nimm mal. Die Polizei hat auch so ein Megasystem. Ich glaub's ja nicht. Ja, aber wir haben nicht mal digitalen Polizeifunk. Da muss Botzen hat das Zeug halt besorgen. Ja. Aufpassen, gell? Das Zeug ist... Ah, leckere Torte. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Erdbeertörtchen. Hm, Erdbeertörtchen. Aber nicht alles auf einmal. Du kennst mich doch. Gerade deswegen. Jetzt eine Runde Cyber City. Super Idee, Ron. Bart? Oh, shit. Ich hab was gehört. Oh, nee. Alles muss mir schlicht. Wo sind deine Eltern, Ron? Papa ist in London. Und Mama ist noch bei Oma auf dem Geburtstag. Die feiern und hat keine Ahnung. Warum ist die Alarmanlage nicht angegangen? Keine Ahnung. Das sind Profis. Ich ruf' Mama an. Wie ist so schlecht? Du musst mir helfen. Sie sind mit mindestens 80 durch die verkehrsberuhigte Zone gerast. Und Sie sind zu spät, Herr Botzenhardt. Bei uns ist das jetzt der Dritte. Also mit dem von heute. Nach dem gleichen Schema. Im Norden und im Ruhrgebiet haben wir eine ganze Serie. Wenn nur jemand am Haus kratzt, muss die Alarmanlage losgehen. Und fünf Minuten später muss der Wachdienst hier eintreffen, laut Vertrag. Und? Die war halt nicht eingeschaltet. Ach. Die ist aktiv. Wenn man die Haustür abschließt, dann geht die an. Da stimmt was nicht. Ron war vor uns hier. Wenn die Typen noch dagewesen wären. Das ist der Elbtraum. Ich komm' heim. Das Haus. Und Ron ist entführt. Eigentlich ein Hammer angeboten. Das ist total nett. Ja. Warum hast du die ganzen alten Videos gekauft? Das sind Klassiker. Ach so, deswegen. Ach Bart, ich will endlich auch mal auf ne LAN-Party. Hey, bei euch sind grad welche eingebrochen. Und du denkst schon wieder an Computer und PC spielen? Kleine Party, he? Die LAN-Party. Tiger, die ist ab 18. Die lassen dich da auch nicht rein, du Kind. Ich bin da schon drin. Ich hab da nämlich einen Job. Ich bin mir nicht zu fein oder zu reich dazu. Ach komm, geh mal. Hi, Karle. Platt? Nee, Hinterrad blockiert. Zeig mal. Eigentlich fass ich ja nur Autos, auch nicht so ne Nähmaschine. Und wie läuft's im Autogeschäft? Die Kunden rennen mir die Bude ein. Hey. Hey. Na? So. Na? Also Tantien, hier steht's ja. Wenn Sie eine falsche Zahlenkombination eingegeben haben, warten Sie etwa 30 Sekunden und probieren Sie es nochmals. Bei nochmaliger Eingabe einer falschen Zahlenkombination verlängert sich die Wartezeit auf... ...zirka fünf Minuten. Ach, alte Telefonnummer, ein Signapur ist der Code. Elf Zahlen. Alles korrekt. Drei, acht, neun, sieben, acht... Weitere falsche Zahlenkombinationen setzen das System für etwa... ...eine Stunde außer Betrieb. Oh, schnall. Okay, bin unterwegs. Hi Carla. Hi. Tantien hat angerufen, ich muss nach Hause ein Safe öffnen. Ciao. Tschüss. Na Jungs? Ich dachte, deine Mutter lässt sich nicht von zu Hause weg. Was ist denn los? Sie hat Tschüss. Ja, sie hat gerade gemerkt, dass sie ein Kind hat und dass die Welt gefährlich ist. Kinder, pass auf, ich hab noch was zu tun. Da vorne ist so gut wie verkauft und ich muss da nochmal in den Kühler ran. Also, tut mir leid. Okay, schon kapiert. Gehen wir zur Lernparty? Let's go. Und wir müssen auch Anja anrufen. Oh, stimmt. Was zocken wir dann? Cyber City, würde ich sagen. Na, geile Idee. Wie? capturing die Lern fuckin', die wir dann verabschieden. Aufpassen, Leute, sonst fliegt die ja gleich wieder raus. Die pennen hier auch? Ich riech schon, wie sich der Fußgestank in den Duft von Elektronik, heißen Kabeln, Laubarmatitze an Cola verwandelt. Oh, Mann. Erwischt. Peng. Mir bricht das Herz aber. Die Zwerge misst leider raus. Ja, ja, schon kapiert. Was spielt ihr? Ab 18. Dann muss ich eben ins Netz. Na, dann willkommen in meinem Team. Oder fürchte meine Überlegenheit. Wie sind eigentlich die Partys in Neumünster und Dortmund gelaufen? Voller Erfolg. Und jetzt raus hier. Was machst du denn hier? Na, den Job, von dem ich dir erzählt habe. Aber ihr fasst bitte nichts an, ja? Nein, Mama. Ja, Mama. Wie funktioniert die? Über Sensoren und Kreisläufe. Hier zum Beispiel an den Fenstern, an den Türen, am Safe und an den Bildern. Und natürlich über die Bewegungsmelder rund ums Haus. Ron, es gibt Essen. Gleich. Essen sind es nicht zusammen. Aber seit gestern spielt sie Mutter. Warte. Die Anlage ist an, funktioniert aber nicht. Hast du mit jemandem über die Anlage gesprochen? Nein. Ach komm, gehen wir zum Turn. Bei einem Haufen Geldwert, zigtausend Dollar. Und in drei Stunden holt das BKA die Kiste wieder ab. In drei Stunden habe ich den Highscore. Also, darauf kannst du einen lassen, Neo. Es funzt. Um Gottes Wille, hast du was kaputt gemacht? Er funktioniert. Also, was soll ich schreiben? Neo-Loser. Hast deinen Ruhm im Internet gekauft. Da muss er reagieren. Und was genau hat dieser Online-Mensch ausgefressen? Der fährt mit der Lahnparty rum. Und gleichzeitig zieht er Blödmännern wie mir zum Beispiel im Spiel Infos aus der Nase. Haustechnik oder Alarmanlage. Und dann hackt er sich ein. Und weil er bei dem Spiel präsent sein muss, denkt ihr, er hält sich in den Hotspots auf. Genau. Und da kann ihn dann das Teil hier auf drei Meter genau orten. Eine Stunde gebe ich euch. Drei. Eine Stunde. Und dann mache ich es nach der Uraltmethode. Dann drehe ich jeden Stein um, unter dem so ein Spinner sitzt ihr könnt. Was ist los, Krypto? Was soll die Lüge, Neo? Das wüsste ich auch gern. Ich verstehe nur Bahnhof. Wir behaupten, dieser Neo hat sich seinen Punktestand im Internet gekauft. Ja. Aber was? So was gibt's? Ronzack, wer das macht, ist eine Spielegemeinde erledigt. Und dieser Neo-Kerle, der macht aber so etwas. Wahrscheinlich nicht, aber jetzt ist er richtig sauer. Hallo, angewesst. Neo, stinksau. Weiter, damit er dranbleibt. Okay, ähm... Neo, jemand hat dich zu pfiffen. Du bist ein Fake, Krypto. Super. Und wohin fahren wir jetzt? Zur Weiblinger Straße. Danke. Schönen Tag noch. Dankeschön. Guten Tag, Frau Fink. Ich möchte Ron abholen. Der ist doch bei Bart. Nein, da komme ich gerade her. Mama, mach dir keine Sorgen. Wir sind nur kurz spielen bei Bart und Zettel. Hm. Ich schau mal, was die beiden da machen, okay? Vertrauen Sie uns. Was? Ich hab ihn. Hey, das ist ein Parkhaus. Ich kann nur nicht sehen, auf welcher Ebene. Ich geh mal spitzeln, okay? Ja, okay. Ich glaub, es wird Zeit für die Verstärkung. Du möchtest die gleiche IP-Adresse? Bart, der ist es, definitiv. Hiermit fordern wir die Verstärkung. Und? Nice try, Krypto. Du spielst ein schwaches Spiel, aber hier bei uns bist du jetzt tot. Wenn der jetzt bloß nicht aussteigt. Los, schreib. Du bist blind und gleich hab ich dich. Krypto. Nix. Naja, außer so'n Transporter. Mit der Aufschrift Conditereichort. Die Wagen haben wir schon mal gesehen. Bei Rons Haus. Ja, was laufend? Jetzt auch nur da rein. Highlands Hack. Du warst auf die Kollegen, gell? Ron, bleib bitte hier nicht, war Ron. Warum denn? Vielleicht Annas Geburtstag, plus ihr Alter in Monaten, ihre Schuhgröße und die drei besten Zeugnisnoten? Nein. Ach, grüß Gott. Walter. Sie sind meine Rettung. Oh je. Ich seh schon. Kombinationen vergesse, gell? Momentan. Ach, sind ja nur elf Zahlen. In spätestens 13.000 Jahren ist das Ding auf. Meistens ist es einfacher, als man denkt. So wie etwa alle Zahlen hintereinander, von eins bis zehn. Ja, genau. Das war's. Ja, so einfach wie möglich wollte ich das haben. Oh, sie sind ein Schatz. Sieben, acht, neun, zehn. Elf. Elf, richtig. Doch nicht. Wie lange hast du gesagt? 13.000 Jahre. Erzähl's an ihr, Bruder Herz. Bei Ben sind sie genauso eingebrochen wie bei Ron. Ben? Das ist ein Klassenkamerad von ihm. Boah, was für eine rotzfreche Bande. Das glaubt ihr nicht. Er hat sich bei uns eingehackt. Hab ich's doch gleich gewusst. Wer? Na hier, seine IP-Adresse. Der Typ ist ein IT-Profi. Hä? Du hast es doch selbst gesagt. Die Alarmanlage war an, tat aber nicht. Der hat sie über unser Netz geblockt. Achtung! Wahnsinn! Mein Bild! Was hat mir Mama geschenkt? Hab ich gefunden gestern. Na endlich, ne Spur! Könnte sein. Wo hast du's denn gefunden? Da war's. Wir gehen näher ran. Da. Bleibt hier und holt Hilfe, falls. Ja, okay. Okay, komm. Okay. Wir gucken da. Okay. Ich weiß, es hat mich nicht zu. Ich weiß, es hat mich nicht zu. Okay. Ich weiß, es hat mich nicht zu. Den Wagen habe ich schon mal bei Kalle gesehen. So, so. Ein Akiko Saito ist das also. Und sonst war da nichts. Und das ist der Beweis, dass sich einer bei euch eingehackt hat. Ja. Was, wenn die jetzt abhauen? Wenn unser junger Autohändler Kalle seine Geschäfte korrekt abwickelt. Kein Problem. Der Transporter, den du heute verkauft hast. Den meine ich. Seht man, herrscht denn hier eine derart gespenstische Ordnung? Wohl. Was zuletzt das heißt, ja? Chabot. Chabot. Und weiter?